Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem der letzten Videos im Sommersemester 2022 und mit einem, das Sie auf die technische Ausgestaltung der Klausur am 15. Juli vorbereiten. Es wird noch ein zweites Video geben, das sage ich gleich, in dem es um die thematische Einordnung der Klausuraufgaben geht. Es ist ein Norm, es gibt zwei, zwischen denen Sie wählen können, je nachdem, für was Sie sich stärker, für welchen Zugang Sie sich stärker interessieren. Und dieses zweite Video werde ich als Premiere starten, als nicht gelistete Premiere am Freitag um 11.10 Uhr. Und dieses nicht gelistete Premiere-Video stelle ich nur in der Matrix zur Verfügung, da es tatsächlich detaillierte Informationen über die Art der Aufgabenstellung inhaltet, die ich nicht öffentlich diskutieren kann und will. Die technische Ausgestaltung hingegen wird dem Modus folgen, den ich für die Vorlesungen etabliert habe. Und mit dem ich sehr, sehr gut gefahren bin. Es ist eine Klausur als Open-Book-Klausur und Sie werden sich in einem Essay mit diesen zwei ausgewählten Fragestellungen auseinandersetzen. Doch blicken wir doch einmal ganz kurz auf die technischen Details. Der Termin ist 15. Juli um 11.10 Uhr startet das nicht gelistete Video. Die Aufgabenstellungen für die Klausur stelle ich Ihnen ab 11 Uhr im Opal-Kurs für die Vorlesung zur Verfügung und zwar als ein editierbares Office-Dokument. Ich werde gleichermaßen diese Aufgabenstellungen auch in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung teilen. Die Distribution ist schlussendlich egal, solange Sie nur der Einverständniserklärung für die digitale Klausur zugestimmt haben. Wir haben insgesamt eine Bearbeitungszeit von 90 Minuten. Ich werde parallel in einer Videokonferenz adressierbar sein für Sie und genaue Hinweise, wie Sie mit der Klausur umgehen, wie Sie sie bearbeiten, wohin Sie sie einschicken, finden Sie erstens auf dem Hinweisformular im Klausurformular und zum zweiten in dem schon erwähnten, nicht gelisteten Video zur thematischen Einordnung der Klausuraufgabe. Die Abgabe, das ist zentral und das sage ich noch einmal hier an der Stelle deutlich, das sollte über oder muss über Ihre TU-E-Mail-Adresse erfolgen unter dem Betreff Hashtag PL underscore LASCH underscore KL ist über die E-Mail automatisch zugeordnet und ich bin in der Regel auch automatisch beantwortet, sodass Sie dann gleich einen Eindruck oder gleich eine Bestätigung haben dafür, dass Ihre Klausur eingegangen ist. Mehr gibt es zu den technischen Details gar nicht zu sagen und in dem zweiten Video würde ich diese thematische Einordnung der Vorlesungen für Sie vornehmen. Ich hoffe, dass das erstmal zumindest dieser erste Schritt für Sie schon hilfreich ist und Sie werden sehen, dass ich mir bei der Auswahl der Aufgaben doch Gedanken gemacht habe, wie man die unterschiedlichen thematischen Blöcke der Vorlesung unterschiedlich repräsentiert. Ich hätte sie selber gerne geschrieben, aber so ist es nun mal. Ich darf sie nur stellen und korrigieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Klausur. Ich freue mich noch einmal, dass Sie bis hier die Vorlesungen mitverfolgt haben und sich für die Sprachgeschichten des Deutschen Interessierten in diesem Semester. Im nächsten Semester werden wir die neueren Entwicklungen in der kognitiven Linguistik genauer ansehen. Und wenn wir uns bis zum Ende der Vorlesungszeit nicht noch einmal sehen, darf ich Ihnen eine schöne, erholsame, auch konstruktive und produktive, vorlesungsfreie Zeit wünschen. Bis zum Mündersemester ganz herzlich. Bis zum Mündersemester